Oh, Police. Was ist das denn? War das ein Hinterhalt oder was? Ich hab gar nichts gemacht. Ich wollte mich nur mal reinsetzen in die Kiste. So. Cyberpunk 2077. Ich hab richtig Bock. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas stimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo Arnold Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. Eil. In Westbrook kratzt Traumatim unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Oh Gott. Und in Pacifica. Naja, Pacifica ist eben Pacifica. Soviel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. Geil. Let's go. So. Ich hoffe, die hat jetzt was an. Nicht wie eben, Alter. Aber wie gesagt, ich hab da nichts. Ich kann da nichts machen. Oh, die hat Klamotten an, aber die sehen ja... ...bebrochene Nase richten. Dieser Fuhrensohn. Alles in Ordnung, Herr Manner? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Ja, Mann. Würde jemand von hier auf so ne Scheißidee kommen, Pepe? Pepe. Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Okay. Echt ernst diesmal. Der Name war schon vorgegeben. Los, raus damit. Was ist diesmal? Weißt du, ich, äh... Ich hab Schulden bei Kirk. Bei Captain Kirk? Wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der Mann, der stört ernst, hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Hm. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm ne Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, weh. Aufstehen. Ich rede mit Kirk. Wann lernst du es endlich? Ich rede mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Oh, geil. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Nice City. Chom? Fragezeichen. Befolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Vielleicht ist mir das Leben. Ich bin vom rechten Weg gekommen. Es sind die Dämonen, die zerren an seiner Seele. Aber ich sag ihm, es tut dir leid und du willst Frieden. Man kann sogar ranzoomen. So. Das Street Kid. Suche Kirk im ersten Stock. Okay. Das ist der erste Stock hier, oder? Die letzte Lieferung haben zwei Flaschen Samson gefehlt. Da hinten ist er. Ganz schön, was ist los hier? Hey Kirk. Hey Kirk. Setz dich zu Kirk. Hör zu. Paper hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Ellie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Mach nicht. Die Eddies. Hey, was ist dein Problem? Was schuldet der dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, ne Menge. Ein Kredithall mit nem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zimsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken? Nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Vielleicht gar kein Deal machen, ne? Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Du kriegst keinen Ärger. Eingefallen bei mir. Ich weiß. Nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon ne Idee. Mhm. Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Ein Auto. Megakarre auf der Titelseite. Gib davon nur vier Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Titelseite. Mit nem Heft. Die dritte. Gehört nem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Wenn ich das mache, sind Pepys Schulden vom Tisch? Klar. Ich steh zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield. Und ich vergesse Pepys Schulden. Ich geb dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mhm. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wer ist der Besitzer? Nur so ein Arasaka-Anzug von der anderen Seite des Teichs. Der hat Eddies bis zum Umfallen. Und sein Name? Was sind denn Eddies? Ne Werbung? Weiß ich nicht und ist mir auch egal. Ich weiß, wo wir die Ware finden. Mehr zählt nicht. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard unter das Auto rollen und es mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Oh, er hat was für mich. Wehe, du fixst mich, Kirk. Bleib cool, V. Der Job wird sich für dich auszahlen. Ja, dann hoffen wir mal, dass er... Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Okay. Hals und Beinbruch. Wir bleiben in Kontakt. Wir bleiben in Kontakt. So, dann gehen wir mal runter. Können wir die hier umhauen. Malone kriegt keinen Titelkampf. Muss ich nochmal zu dem Barkeeper gehen? Wo war denn der? Hier. Hey, muss man nicht. Hier ist ganz schön was los, ne? Ganz schön belebt. Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind... So, hier ist es. Ja. Zu wem soll ich denn sprechen? Haben wir denn hier? Ah, automatisch. Ist ne Weile her. Wollte nicht, dass du hier bist. Ich kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Hayward Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich hab gerade was zu erledigen. Wir sollten jetzt reden. Du kannst bei uns mitfahren. Markus, verlos. Musst ich doch sowieso, oder? Ich muss doch sowieso bei den... Hä? Achso, ich muss da einsteigen? Warte, wie sieht der denn aus, ey? Wohin soll's gehen? Zum Glenn. Lasst mich am Ambers raus. Ordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeig euch, wo ihr halten müsst. Du hast sie gehört, Markus. Du hast sie gehört, Markus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Ja, mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komm klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War's aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Hm. Das war's. Das war der Smalltalk. Ist aber auch nicht so viel los, ne? Wer ist das denn? Der hat eine Knarre. Halt lieber mal an, Bro. Halt mal an. Was ist los? Was geschäftliches. Bist du bewaffnet? Noch nicht. Nee, bin ich nicht. Halt zur Seite. Christian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Oha. Was willst du? Die Sache klären. Ein für allemal. Hallo. Hab ein Angebot zu dich, Papi. Hör mir genau zu. Ich schätze. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glynn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest. Und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Miss Geburt. Markus, fahr. Alles klar. Was war das denn für einer? Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Du hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Der andere nimmt seinen Platz. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Hier. Bevor du gehst. Was ist das? Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Schauen wir mal. Danke, Padre. Ich muss los. Tschüssi. Geh mit Gott. Okay. Aber ich hab keine Knarre, ne? Alter, wo bin ich? Wer bist du? Nimm den Aufzug zur Garage. Was sollt ihr hier für gestalten? Guck mich nicht so an. Dann kann ich mit ihnen reden. Wohnst du auch hier? Nö. Was kann man hier machen? Was kaufen, oder was? Nicht mal Geld. So, wo ist denn der Aufzug zur Garage? Hier? Hier. Wie? Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns. Wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Was ist das hier? Ich hab irgendwas genommen. Ich hab irgendwas... Ich hab irgendwas, ähm, gerade geöffnet hier. Aber ich weiß nicht nur, was das ist. Kann man hier auch was machen? Und hier ist das Auto drin, oder wie? Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Rick. Das ist Rick. 20 Minuten, um die Kiste zu finden, oder was? Ich glaub, das ist der hier, oder? Nee, welcher war denn das? Kirk. Ich seh den Wagen. Ach da. Dein großer Auftritt, wie? Viel Glück. Mal sehen, ob diese Zauber-Tag was taugt. Schluss. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir Wagen. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Was soll ich machen? Reicht schon? Dein Gauss. Oh Gott. Aussteigen. So, vorn. Oh, fuck. Du kannst fahren. Und jetzt raus. Was machst du? Hahaha. Oh, Police. Was ist das denn? War das ein Hinterhalt, oder was? Ich hab gar nichts gemacht. Ich wollte mich nur mal reinsetzen in die Kiste. Kommt jetzt da irgendjemand aus dem Staub? Hey, Detective Stintz. Stintz. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Der schießt den jetzt? Schießt den jetzt, oder was? Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Na los, wird's bald. Ich warte. Ah ja. Deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Heywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren. Ihr lebt hier. Und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht, David. Du weißt den Scheiß über mich. Die Wahrheit tut weh, was? Pass auf, was du sagst. Ich bin kein geduldiger Mann. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße. Gib dir nur noch Stehplätze in Melbotte. Kommen sicher schneller raus. Stehplätze? Verwöhnlicher Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Was ist denn das für einer? Verstellung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Oha. Äh, soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibpunkt wird. Spinnen die, oder was? Die können mich doch nicht, die können mich doch nicht ins Meer schmeißen und mir die Beine brechen. Oh. Die brechen mir ja jetzt schon die Beine. Na, erst nocken sie mich aus. Fuck. Hä? Bin ich frei? Einen Moment lang sah das echt übel aus. Ich dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein. Stins macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Mhm. Er ist aus Haywood. So wie wir. Hast Anzüge genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste. Wäre ich nicht aufgekreuzt. Würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ah, komm. Der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarkt-Magie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Wie? Ich kenne dich doch. Oh, aus dem Coyote. Hm, da hab ich den in den Schock bekommen. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört's. Der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen. Und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Der Cabron. Muss lernen, was Anstand und Ehre in Heywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Einfach so? Du hast mir gerade erst eine Knarre ins Gesicht gehalten. Die Frage ist ja... Die Frage ist ja, warum er das gemacht hat, ne? Mit der Knarre. Alles gut. Alles gut. Ich hab ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Mhm. Und jetzt komm. Jetzt soll ich mit dem was essen gehen, oder wie? Okay. Dann mal los. Ich sterbe vor. Dann mal los. Ich sterbe vor. Hallo, Nightly. Nightly City. Stanley hier. Und vor uns liegt ein neuer Tag. In der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Decken überlebt das erste Jahr. In einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach N.C.? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Raylan Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann auch gar nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher ne Google abkriegst. Das ist jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung aus den letzten Monaten, was sie so zusammen erlebt haben, oder wie? Hier, wo man die meisten Night City-Legenden findet. Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst. Wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. All right. Bis zum nächsten Mal.